Ein kleiner Prosser Sturmi, riesiges Weibchen, sieht man schon einen Unterschied hier, wenig Haare, wenn ihr seht, das linke Bein hier, bisschen dünner, war verletzt und hat es verloren, schönes Tier, auch ziemlich groß, vorsichtig sein hier. So. Hier haben wir eine Lampropelma Nigerimum. Weibchen. Hat die dunkle Farbe also noch nicht. Auch ein schönes Tier. Lassen wir es mal in Ruhe. Hier haben wir eine Lassiodurides Polycus bulatus. Noch nicht eindeutig bestimmt. Da haben wir sie frisch gehäutet. Ja. So. Hat ein bisschen gedauert. Ich hoffe, dass es ein Weibchen wird. Ja. Machen wir wieder zu. Und hier. Und ja. Eine ganz kleine Vogelspinne. Ehm. Genial. Das ist die Syriacosmos Lezi. Wie ihr seht. Wie ihr seht. Klein. Die wird auch nicht viel größer. Das ist die. Kolumbianische Variante sag ich mal. Oh. Ist sie getroffen? Entschuldigung. Ja. Da ist sie. So. 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 Nacht Wan blah. Alles ok. Auch eine Weibchen. Wir haben die. Und hier. Dann fütteln. Das Heimchen ist nicht tot. Ihr seht die Größe.